Hi meine Lieben, und zwar habe ich heute etwas ganz besonderes für euch, nämlich habe ich von meiner Schwägerin ein paar Klamotten bekommen, die sie aussortiert hat und ja, ich habe ihr zum Spaß ein paar Fotos und Videos geschickt, als ich die Sachen anprobiert habe. Komm her, komm her. Als ich die Sachen anprobiert habe und da sind ein paar lustige Videos rausgekommen, beziehungsweise zwei Stück. Die Fotos habe ich schon gelöscht, aber die Videos werde ich euch einfach mal zeigen. Ich finde sie total lustig und Lena, komm her. Ja, ich finde sie total lustig und ihr lernt mich mal von meiner anderen verrückten Seite kennen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und gebt mir doch einfach ein Feedback, wie es euch gefallen hat. Ciao. Hi Leute, ich mache hier gerade die Kleiderprobe und ich muss sagen, ich bin total begeistert. Leuchert ist total mein Style, passt super. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig damit, aber ich möchte mich schon mal recht herzlich bedanken. Top, 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 super Sachen, also ich bin wirklich super, danke. Ja, hi, ich bin es nochmal. Also dieses T-Shirt, muss ich sagen, das gefällt mir unglaublich gut, ja. Das ist wunderschön hier, hier alles super, aber, jetzt kommt das aber. Ich frage mich, Tina, wann zum Teufel hattest du das mal an? Ich kenne das noch nicht, das hier, ich habe das noch nie an dir gesehen. Also ich finde es super, ich würde es auch gerne ansehen, aber leider bin ich dafür auch etwas zu dick. Ich zeige es gerade mal. Moment. Wenn ich hier jetzt nämlich normal stehe, bin ich hier ein bisschen dafür zu dick und dann müsste ich so sein, dass es dann richtig passt. Also so müsste ich sein und so ist es leider hier. Und deswegen denke ich, kann ich es leider nicht tragen, aber das ist ein super Tragegefühl. Super bequem an der Haut, also ich werde es erst mal aufheben, vielleicht werde ich ja noch dünner, man weiß es alles nicht. Bis Dues, Bis Dues, Bis curls, Hier SC PvdY, Bis Dues, Bis Dues, Bis Dues, Bis Dues, Bis Manuel,